Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich sitze heute hier wieder in meinem Auto, was bedeutet, dass ich euch heute wieder neue Lieder zeige, beziehungsweise Lieder, die ihr hoffentlich noch nicht kennt. Wir sitzen jetzt gerade alle zu Hause in Quarantäne und was gibt es Besseres als neue Musik zu finden, beziehungsweise neue Musiker, beziehungsweise Künstler zu finden, die es echt drauf haben. Und deswegen mache ich das Ganze hier auch, einfach um die Kleineren zu unterstützen und euch einfach was von meiner Musik zu zeigen, die ich cool finde. Und schreib mir mal in die Kommentare, was deine Lieblingssongs zur Zeit sind. Und ja, ich würde sagen, wir fangen an. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020